Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sniper Elite 3. Wir müssen jetzt den letzten Offizier noch töten. Aber irgendwie noch wieder ein Fußvolk von ich weiß nicht wie viele Leute. Aber es wird nicht ganz einfach. Wollen wir gucken ob es das jetzt besser gelingt als in der letzten Folge. In der Nähe gehen wir wieder so rum. Aber ich bin nicht ganz sicher nicht was diesmal passieren wird. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht wo die sich positionieren oder sonst irgendwas. Also fangen wir auch mal ein bisschen schneller hier. Wir gehen jetzt mal in so einen kleinen Aufsichtsturm. Und dann. Hier runter. Was kann doch nicht was ist er da so Schaden bekommt. Ey das ist so ein schlechter Witz. Ich bin wieder tot. Das war es schon wieder ey ganz im Ernst. Was ist das für eine Scheiße sag mal. Regeneriert er sich jetzt nicht oder was? Und tot. Nein doch nicht. Oh 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 Mama. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Im Ernst jetzt? Ich habe so krass vorbei geballert. Ich habe so krass an ihn geballert. Wie kann ich denn so krass daneben geballert haben? Ich gehe weiter, gib mir Deckung! Ich sehe ihn! So, er ist weg. Lasst ihn nicht entkommen! Vorrücken! Kurze Spurz! Warte mal, warte mal, warte! Er ist auch weg. Ich gehe nach links! Ich gehe weiter, gib mir Deckung! Was?! Ey, come on, man! Ach, Mann, ey! Da bist du schon so krass in Sicherheit, ne? Und trotzdem... Naja... Lass mir das! Das kann's doch nicht sein! Ey, mal ganz ohne Witz jetzt! Die Boys allein neun Parts! Oder nie mehr noch für Mission 1! Ne, das kann er weiter werden! Ne, ne, da springen wir nicht wieder runter! Ich habe auch keine Granate mehr, ne? Ne, weiß ich nicht! Ey, die sollen zusammen, die jetzt echt eng! Ach, richtig eng! бесch爷innen! Tschüss! Besuch! Vorrücken? Ah, Feluga, das hilft mir gar nicht ganz ehrlich. Was ist das denn? Haben wir jetzt Fokus? Jetzt mach ihn weg. Das kann nicht sein, dass ich in die Treppe... Oh, das kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht wahr sein, ey. Kein bisschen getroffen wieder. Warte, er kommt zu mir, er kommt zu mir, er kommt zu mir. Alter, das gibt's nicht. Ah! Finde ich auch hier keinen weiteren Verbandskasten mehr, ne? Ne, gar nicht, ja. Oh, Leute, wir in Sicherheit bleiben. So, und jetzt mal perfekt treffen, Alter. Perfekt einfach nur treffen. Kann nicht so schwer sein. So, jetzt ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Vorrücken! Kurze Spurz! Bewegung! So, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Da ist er! Ah, ich treff den schon wieder nicht. Alter, du bist so ein Spurz! Du bist so ein Spurz! Lass doch nur Atmen, lad nach! Wo ist er jetzt? Wo in der Gange? Ja! Jawohl! Puh! Hast du irgendwas bei dir? Hab ich ihn gleich hier durchsucht? Verbandskasten? Nö! Natürlich nicht! Wo sind die anderen beiden hingefallen, Alter? Verband? Jawohl! Ja! So! Geil! Noch ein paar Band wäre geil! Jawohl! Also, dass ich mich jetzt nicht entgegen hier schon zu speichern. Auf gar keinen Fall, so. So weit haben wir das jetzt? Warte mal, hier hoch. Puh! Hier lang! Dann hier! Wo? Ich kann nicht hier hoch, ne? Naja, also ob ich hier hoch kann. Bei ihr ist verdammt geil! Naja, kann ich nicht, war klar. So, ich brauche jetzt noch einen Offizier Oh, oh, oh Was? Wie kann ich mich hier nicht schütteln, Alter? Lad nach, bitte, lad nach, bitte Lad schneller nach Hä, wo war denn die hin, Alter, will ich mich verarschen? Warte mal Wie viele sind denn noch hier, Alter? Können nicht mehr so viele sein, oder? Von wo war das er denn? Warte mal Ah, von da war das wohl, alles klar Warte mal Ah, ich komme so nicht dran Ich spreche immer wieder hier zwischendurch Aber ganz ehrlich, diese Mission ist echt verdammt heikel, ey, muss man sagen Die Mission ist echt in sich Alter Alter, ich habe gedacht, da ist keiner mehr, warte mal Okay, ich habe hier nachgeladen Ja, geht mal weiter Warte mal, geht Sieht so aus, als würden die Deutschen Sprengstoff darin transportieren Ich glaube, der Schuss kann von da Stehen wir uns das besser mal an Runter Er könnte ganz in der Nähe sein Kommt her Los, los, los Kommt her Ich bin bereit Ihr könnt ja wohl nicht über mich kommen, oder? Ah Weiter Vorwärm Warte mal, warte mal, warte mal Vorrücken Kurze Spurz So, jetzt haben wir Ich sehe mal da drüben nach Verhaltet eure Flaschen im Blick Was macht der denn jetzt? Warte mal Wir haben ihn in die Nähe getrieben Oh, das war dumm von mir Hämt das Gebiet Alter, das war so richtig dumm von mir Ich habe ihn verlobt Oh, oh, oh Bewegung Jetzt sitzt er in der Falle Lass ihn nicht entwischen Doch, das ist ja nicht in der Falle Das wird aber verdammt eng Jetzt bin ich weg Ey, es kann ja nicht sein, dass ich mit 5 Millionen Mann komme Und mich verarschen Warte mal, ich muss mal hier in Sicherheit bleiben Warte mal, ich muss mal hier in der Falle Warte mal, ich muss mal hier in der Falle Fokus, Fokus bitte Gut, wieder zurückziehen Zurückziehen, zurückziehen, zurückziehen Und hier hoch Hier hoch, hier hoch, hier hoch Alter, du Junge bist du, Alter, geht doch hier hoch verdammt Oh, die Scheiße, warte So, jetzt Bewegung Oh, oh, oh Runter Er könnte ganz in der Nähe sein Ich gehe weiter Gib mir der Kuss Oh, oh, oh Alter, hier kommen wir mit rein Mann, was ist das denn? Alter, ich nehme nur ein... Keine Pause Ja, das wäre zunächst, das wäre zunächst Ey, wie mache ich das jetzt? Ich komme hier auch nicht hoch, ne? Wieso komme ich hier eigentlich nicht mehr weiter hoch, Alter? Ohne Witz Das wäre viel einfacher für mich Gibt es hier keinen Weg nach oben? Ich kann hier nicht komplett umgehen Oh, verflucht Wie mache ich das denn jetzt? Ich umgehe die jetzt mal, glaube ich, komplett jetzt Ab hier werde ich die komplett umgehen Kann vielleicht funktionieren, was ich vorhabe Komm, wo werde ich denn hier schneller gesehen, was ich mich verarsche Einfach mal umgehen Alter, der Schuss war verdammt knapp, ey So verkehrt kann der Move gar nicht sein, was ich hier mache So verkehrt kann der Move gar nicht sein, was ich hier mache So verkehrt kann der Move gar nichtft ... Wurpp Wie wollen die mich denn gesehen haben? Ich bin doch hier im dichtesten Gras Willst du mich verarschen? Au Willst du mich wirklich verarschen jetzt? Ich bin hier im dichtesten Gras Und er kann mich sehen What the fuck? Okay, wir gehen wieder komplett außen rum Das gibt's gar nicht Ich bin doch komplett außen rum gelaufen Ich bin hier im dichtesten Gras Willst du mich verarschen? Gibt's noch einen zweiten Weg, oder nicht? Ah ja, ins Wasser kann ich ja nicht So, dann wäre ich ruhig Hier komm ich auch nicht mehr weiter Da hoch kann ich ja sowieso nicht klettern Alter, was ist denn das hier? Hier lang Ich muss doch einen Weg geben, die komplett zu umlaufen Ich hab hier auch nichts Okay Dann mal weiter so laufen Ach, da kommt er nicht drüber, ne? Ach, scheiße, nee Ich muss wieder auch komplett außen rum Ach, nee, Leute Was ist denn das? Warum werde ich denn so krass abgegrenzt? Ach, nee, das Spiel hat so seine Macken Man kann nicht Den Weg gehen, den man gehen möchte Man muss irgendwie Den Weg gehen, den das Spiel vorgibt Das ist schon wieder sehr linear Ja, das nervt mich wieder Teilweise Sogar tierisch Nichtsdestotrotz Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen Haut rein Bis zum nächsten Mal Und Tschüss